Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Joko Winterscheidt, das ist mein YouTube-Kanal und ich zeige euch mit wenig Zutaten und viel Fantasie einen tollen YouTube-Kanal befüllen kann. Also ich habe einen guten Freund, der heißt Matthias Schweighöfer, den werde ich jetzt gleich anrufen und es gibt drei Fragen, die ich ihm noch nie gestellt habe. Wir kennen uns wirklich schon ewig und wir kennen uns in- und auswendig, aber drei Fragen habe ich ihm noch nie gestellt. Wir rufen jetzt mal an, ich hoffe, dass er rangeht und dann stelle ich ihm einfach diese drei Fragen. Klingelt schon mal? Ja, falls er nicht rangeht, der geht eigentlich nicht ran, wenn ich ihn anrufe. Joko Winterscheidt, ich bin gerade im Kino, willst du mal was da anfangen, laufst du mal raus? Hallo? Hallo? Ja, super, aber ich wollte eigentlich was von dir. Pass auf, ich habe drei Fragen an dich. Wann bist du das letzte Mal Bananenboot gefahren? Wann ich das letzte Mal Bananenboot gefahren bin, vorgestern. Vorgestern. Und eher Thymian oder Rosmarin? Rosmarin. Was sind deine Lieblingssneaker? Meine Lieblingssneaker? Was ist das für so eine bescheuerte Frage? Meine Lieblingssneaker? Ja. Spielt normal in den Likes? Super. Wie läuft der Film? Der Film ist, du wirst dich glaube ich, in Braunschweig sitzen alle nackte im Kino und hatten auf dich. Und Braunschweig ist ja bekannt für die schönsten Menschen. Du bist nur verpastet. Okay, dann pass auf, bleib da, bleib da, ich bin hier, ich lege jetzt auf, dann mache ich Schluss. Du bist nämlich Gast in meinem YouTube-Kanal, kannst du den Leuten schon mal sagen, ich mache dem nächsten YouTube-Kanal. Ab 1. April, 100.000 Leute in, ah ne, wir haben ja heute schon viel später als den 1. April, ne? Ja, die freuen sich jedenfalls total, grüß nochmal alle, ne? Ja, hallo Braunschweig, ich liebe euch. Sag mal Matthias, sag mal Matthias, haben die für die Tickets gezahlt? Ja, oder hast du die alle wieder verschenkt? Warte, ich, äh, nochmal, warte, ganz kurz. Haben die für die Tickets gezahlt? Sag doch mal. Haben die für die Tickets gezahlt? Nein, ja gut, die Leute, die finde ich jetzt langsam auch peinlich, ja? Okay, ich lege auf, ich liebe dich, Matthias. Ja, Matthias, ich liebe dich auch. Sehr gut, das reicht. Bis morgen.